Der Schlaganfall ist ein Sammelsurium von einer ganzen Reihe von sehr häufigen einzelnen Schlaganfalltypen. Ich werde mich beschränken auf die Beschreibung dessen, was mit dem Hirninfarkt passiert. Hirninfarkt heißt, so ähnlich wie beim Herzinfarkt, Mangelversorgung mit Blut. Das trifft für etwa 200.000 Patienten pro Jahr in Deutschland zu. Dann gibt es noch 50.000 weitere, die unter anderen Formen des Schlaganfalls, zum Beispiel der spontanen Hirnblutung, leiden. Also insgesamt eine Viertelmillion Neuerkrankungen pro Jahr. Weltweit die häufigste Todesursache. In den moderneren Ländern der westlichen Zivilisation liegt es an Nummer zwei beziehungsweise drei. Bei dieser Form von Hirninfarkten hängen die Symptome davon ab, welches Gebiet im Gehirn betroffen ist. Das heißt, jede Funktion des Gehirns kann prinzipiell von einem Schlaganfall betroffen sein. Da aber die Schlaganfälle im Wesentlichen sich auf ein großes Territorium in der mittleren Hirnarterie beziehen, ist bei fast allen Schlaganfällen eine Trias, das heißt drei Symptome zu finden. Das Wichtigste ist halbseitige Lähmung ohne Schmerzen. Das Zweite ist, diese Lähmung kann auch das Gesicht betreffen. Dann hängt eine Gesichtshälfte herunter und es gibt in irgendeiner Form eine Störung der Sprache. Und wenn nur eine dieser Bedingungen erfüllt sind und das Ganze plötzlich auftritt, dann spricht man von einem Schlaganfall. Die eigentliche biologische Ursache der Hirnichämie, also des Hirninfarktes, ist ziemlich einfach. Ein Blutgefäß, eine Arterie, eine Schlagader, die ins Gehirn führt oder im Gehirn verläuft, wird auf irgendeine Weise verschlossen. Und das Gebiet dahinter kriegt kein Blut mehr und keinen Sauerstoff und keinen Zucker mehr. Also, es wird nicht mehr ernährt und es stirbt ab. Das klingt einfach. Die Ursachen, weswegen jetzt die Gefäße zugehen, sind wiederum vielfältig. Ich gebe Ihnen zwei weit auseinanderliegende Beispiele, die zu den gleichen Symptomen führen. Ein Mensch hat eine Rhythmusstörung im Herzen. Im Herzen bildet sich ein Thrombus, ein Gerinnsel. Das Gerinnsel fliegt hoch in die Gehirnzirkulation und macht den Verschluss. Das ist ein embolischer Infarkt. Die andere Seite ist, langjähriger, hoher Blutdruck hat die kleinen Gefäße im Gehirn geschädigt. Die gehen lokal zu. Das ist ein lakunärer Infarkt, eine Mikroangiopathie. Völlig unterschiedliche Ursachen, die aber im Endeffekt zum gleichen Ergebnis führen, nämlich Infarkt, abgestorbenes Hirngewebe. Wenn wir ausgehen von den Menschen, die am häufigsten Schlaganfälle erleiden, das sind Menschen über 60, dann gibt es eine ganz typische Risikofaktorkonstellation. Das Wichtigste und das Häufigste ist der hohe Blutdruck. Fast alle Patienten, die Schlaganfälle erleiden, haben hohen Blutdruck. Diabetes mellitus ist ein Risikofaktor. Erhöhte Blutfette oder Fettstoffwechselstörung ist ein Risikofaktor. Das Rauchen ist ein Risikofaktor. Alkoholgenuss in mäßigem Ausmaß ist kein Risikofaktor. Hoher Konsum ist ein massiver Risikofaktor, speziell für Blutungen. Dann gibt es noch ein paar Risikofaktoren, an denen man im Gegensatz zu denen, die ich gerade genannt habe, nichts machen kann. Das erste ist das männliche Geschlecht. Männer bekommen häufiger Schlaganfälle als Frauen. Das zweite ist natürlich die genetische Komponente. Wenn man aus einer Familie kommt, in der häufig Schlaganfälle oder Herzinfarkte gewesen sind, dann ist das persönliche Risiko, auch wenn solche Risikofaktoren, wie ich sie eben genannt habe, nicht vorliegen, trotzdem erhöht. Und das Letzte können wir auch nicht verhindern. Wenn man älter wird, nimmt das Risiko zu. Ab 60 Jahre verdoppelt sich das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen, mit jeder Dekade. Zuerst Klinik. Die Symptome, die ich eben genannt habe, sind ganz führend. Und das muss einfach auch der Laie und der Rettungssanitäter und so weiter wissen. Wenn die Patienten dann in die Klinik kommen, und das sollte eine Klinik sein, die für Schlaganfalltherapie ausgewiesen ist, dann wird der Neurologe noch genauere Untersuchungen machen. Und wir brauchen immer bildgebende Diagnostik, das heißt Computertomographie des Gehirns oder Magnetresonanztomographie des Gehirns, um die Ischämie, also den Infarkt, von der Blutung zu unterscheiden. Denn Infarkt und Blutung haben auch die gleichen Symptome, aber nun wirklich 100% konträre Ursachen. Wir sprechen ja heute, wenn wir von Behandlung oder Therapie sprechen, in der Regel von evidenzbasierter Therapie. Evidenzbasiert heißt, es gibt keinen vernünftigen Zweifel, da es qualitativ hochstehende Studien gibt, die gezeigt haben, wie man die Behandlung durchführen kann. Die höchste Stufe, die man bekommen kann, ist Level 1. Und da haben wir drei Behandlungen für den Schlaganfall. Die erste Behandlung ist ganz interessant, denn es ist nicht das, was wir uns normalerweise unter einer Behandlung vorstellen, sondern es ist ein Behandlungskonzept, das ist die Behandlung auf einer Schlaganfallstation. Wenn Patienten auf eine solche Station gebracht werden, haben sie eine weitaus bessere Prognose, eine geringere Mortalität, also Todesrate, wie wenn sie auf einer Allgemeinstation in einer inneren Medizin oder einer Neurologie behandelt werden. Das ist also eine hocheffektive Behandlung. Die zweite hocheffektive Behandlung ist die Thrombolyse. Sie erinnern sich, ich sagte eben, es kommt zum Schlaganfall durch einen Gefäßverschluss. Wenn wir diesen Gefäßverschluss schnell, und das ist wichtig, schnell wieder eröffnen können, dann werden die Symptome des Schlaganfalls auch mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer werden oder vielleicht ganz weggehen. Das nennt man thrombolytische Therapie. Und dann gibt es noch eine gesicherte Behandlungsmethode für eine relativ seltene Unterform des Schlaganfalls, eine tödliche Unterform, wo die Patienten wirklich innerhalb von zwei oder drei Tagen an ihrem Schlaganfall versterben. Das ist eine chirurgische Maßnahme, bei der der Schädeldeckel eröffnet wird und ein großes Stück Schädelknochen weggenommen wird, sodass das Gehirn anschwellen kann und später wieder abschwellen kann. Wird das nicht geschehen, dann tötet das schwellende Gehirn den Rest des Gehirns ab und der Patient ist tot. Es gibt eine ganze Reihe von spannenden neuen Forschungsansätzen, die sich zum Teil schon in klinischen Studien der Phase 2 oder 3, also relativ nah am Weg zur Zulassung befinden. Ein ganz wichtiger Teil ist die Hypothermie. Das ist eine Therapiemethode, bei der der Patient tatsächlich vom ganzen Körper her und damit auch vom Gehirn her um 2, 3, 4 Grad Celsius abgekühlt wird. Und man weiß aus Tierexperimenten, dass das ein hochgradiger Schutz des Hirngewebes gegen die Prozesse ist, die bei der Ischämie, bei der Durchblutungsstörung geschehen. Dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren hochattraktiven Verfahren, die sich zum Teil auch damit beschäftigen, die Möglichkeit der Rekanalisation zu verbessern. Da werden heute sogenannte Rekanalisationsinstrumente in die Hirnarterien eingeführt und die Tromben mechanisch entfernt. Auch eine ganz spannende Geschichte. Und noch viele, viele andere, auch medikamentöse Verfahren, die allesamt entweder eine schnellere Rekanalisation auf der einen Seite oder einen besseren Schutz des Hirngewebes gegen den Sauerstoffmangel bewirken sollen. Insgesamt tut sich da unglaublich viel. Vor 20 Jahren gab es noch überhaupt keine Therapie. Da war die Prognose des Schlaganfalls noch sehr, sehr schlecht. Das hat sich massiv geändert. Wir haben zwar immer noch sehr viele Schlaganfälle, aber die Behandlungsmöglichkeiten haben die Gesamtprognose massiv verbessert.